Ladies and Gentlemen, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sick Pupsick ist am Start und ich habe die letzten Tage schlecht geträumt Wegen diesem riesigen Ding Und zwar haben wir uns letztes Mal hier mit ZU gebettelt Waaaaaas? Alles ist einfach kaputt gegangen, Bro Wow, das Ding macht alles kaputt Und wollten ein unzerstörbares Fahrzeug bauen, was diese Presse überlebt Aber Freunde, wir haben es nicht geschafft Diese Presse hier hat einfach alles zerdrückt Und nichts hat überlebt Außer die G-Klasse ein wenig Und heute, dachte ich mir Werden wir rausfinden, ob es in Fortnite Fortnite? Was? Creator Code Centro Sag erstmal einen Tipp Und Leute, ich weiß nicht, wieso ich das gesagt habe Aber heute werden wir rausfinden In Trymakers, was das unzerstörbare Auto ist Und wir werden es auf jeden Fall schaffen Deswegen lasst ein dickes Like Da abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke Tragt den Creator Code Centro Centro in Fortnite ein Oder Epic Games, damit ihr mich unterstützt Und ja, schreibt in die Kommentare rein Ob ihr auch ein unzerstörbares Auto Geschafft habt zu bauen, was diese Presse überlebt Und ich habe heute ein paar Kandidaten Mitgebracht, Freunde Ich habe heute ein paar Kandidaten, ich stelle euch sie erstmal vor Komm, ich habe hier auf jeden Fall mal so ein Karten Sieht doch stabil aus, Freunde, oder? Angeblich soll dieses Ding Unzerstörbar sein Ist zwar jetzt kein Fahrzeug, aber vielleicht kann man da ja ein paar Reifen dran machen Und dann geht es durch Dann haben wir den Kollegen hier Und, und, und vieles mehr, Freunde Ihr seht es selber hier Panzer, Manzer, alles drum und dran Ich würde einfach sagen Wir fangen einfach mal an Und suchen das unzerstörbare Fahrzeug in Trymakers Hier mit diesem komischen Teil hier Ich weiß nicht, was seine Mission ist Aber ich werde es einfach probieren Ja, Freunde Der erste Kandidat hat leider nicht mal ansatzweise geschafft Etwas zu überleben Aber das war mir auch irgendwie klar Deswegen alles okay, Kleiner Alles ist okay Das ist sehr interessant auf jeden Fall Ich weiß nicht, was das heißt Das hier ist einfach in der Beschreibung Ist unzerstörbar und Yo, ich bin bereit, komm runter Okay, wartet mal Ich muss hier kurz einmal so Und dann einmal hin Und einmal Ja, das war fast unzerstörbar Also, ich sag euch ganz ehrlich Die Presse hat es fast aufgehalten Hat leider auch nicht funktioniert Leute, alle Sachen, die ich hier benutze Sind laut den Machern unzerstörbar Aber bis jetzt war alles Komplett alles zerstörbar Und hier sieht es doch interessant aus Sehr interessante Idee Mal gucken, ob das was bringt, Freunde Diese Idee Ja, so einen Reifen habe ich hier noch Ja gut, habe ich gesagt Dass alle Leute sagen Die haben etwas Unzerstörbares gebaut Aber alles ist zerstörbar Hier, das muss jetzt unzerstörbar sein Oh, no, 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 no Also, die Sitze sind wirklich noch unzerstörbar da Guckt euch an Habt ihr gesehen? Tatsächlich Dieser Block als Ausheld Gegen die Presse Ich bin so gespannt, Freunde Das, meine lieben Damen und Herren Hätte ich nicht erwartet Ich dachte wirklich Der unzerstörer Block Geht nicht kaputt Aber ist tatsächlich kaputt gegangen Unzerstörbaren Block Aus den Sitzen Und das, meine lieben Damen und Herren Könnte tatsächlich das Gerät sein Was alle Leute von uns hier zum Schweigen bringen Denn es ist unzerstörbar Oh mein Gott Oh mein Gott Was ist passiert? Ah Ah Was passiert hier, Leute? Es ist direkt hier kaputt gegangen Alles hängt Alles hängt komplett in diesem Spiel gerade Leute, ich glaube, ich habe gerade Hä? Ich habe glaube, ich Trimaker gerade kaputt gemacht Ich werde es jetzt tatsächlich nochmal ausprobieren Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt geschafft habe oder nicht Mit diesem Block hier Geschichte zu schreiben Deswegen werde ich genau diesen Block nochmal hier platzieren Das ist sowieso eines unserer letzten Autos Hier, was ist das denn? Ist das unser Sterber? Ah Vergisst du es? Ich glaube, das ist wirklich der einzige Mann hier Der das Ganze aufhalten kann Deswegen platziere ich das Ganze Zack Und es wird hoffentlich jetzt funktionieren Und let's go Guck mal, es wird alles zu langsam ab dem Moment Und dann geht es hoch Dann lebt das Ganze irgendwie Aber dann bricht es doch auseinander Und dann passiert einfach ganz Jetzt ist es plötzlich alles kaputt Aber ich wäre nicht drüssig-pupsig, wenn ich nicht eine Lösung hätte Ich werde euch hier heute nicht gehen lassen Bevor ihr ein Auto gesehen habt Was durch diese Presse fährt Und keinen Schaden davon nimmt Oder zumindest so minimal Dass es einfach weiterfahren kann Deswegen, Leute Habe ich mir Gedanken gesammelt Über die Situation, die gerade passiert ist Und wir werden tatsächlich jetzt einen Karren bauen Was alles überleben wird Was einfach hier reinfährt Und wieder rausfährt Und zwar, ich werde das Auto so flach wie möglich bauen Und parallel dazu Werden wir es schützen Mit allen möglichen Sachen, die wir zur Verfügung haben Und ihr denkt euch jetzt sicherlich Okay, Bruder Herzlichen Glückwunsch Du hast hier irgendwelche Panzerungen gebaut Was soll ich jetzt hier damit anfangen Ja, Freunde Ich habe Panzerungen gebaut Und ich werde weiterhin Panzerungen bauen Ja, ich werde es einfach komplett durchpanzern Es ist mir egal Es ist mir egal, was ihr jetzt sagt Es ist mir egal Ich werde es jetzt einfach durchpanzern, okay Habe ich noch nie jemanden gehört Der angeblich hier was geschafft haben sollte Deswegen bin ich hier Ich kann das nicht dran bauen Und ich sage euch Wenn ich euch sage, dass ich ein Fahrzeug baue Was heute unzerstörbar sein wird Dann werde ich es auch schaffen, Freunde Ich habe halt eine Vision, Freunde Von einem gepanzerten Fahrzeug Was wirklich funktioniert Und wenn ich diese Vision habe Dann werde ich es auch durchziehen, okay Oh, das wollte ich hier nicht haben Deswegen ist das alles so komisch Einmal bitte dran drehen Hä? Kann das bitte hier dran gehen? Okay, irgendwie komisch Zack, zack Dann nehme ich das einfach hier mit drüber Ach, ich habe den Reifen da weiter Falsch gemacht, okay Alles easy Alles easy, Freunde Zack, zack So Anschließend werde ich hier noch panzern müssen Und so sieht dann unser gepanzertes Fahrzeug aus Und ob das klappt, Freunde Das wäre schön, wenn das klappt Kann ich das bitte hinten panzern? Ich komme da nicht dran gerade Kann ich hier nicht das drauf machen? Doch, geht Es geht Es geht, hallo Es geht doch Ich fahre doch gerade Wartet, Leute Zack Zack So Zack Zack Und das hier ist, meine Freunde Meiner Meinung nach Das unzerstörbare Fahrzeug Worauf ihr alle gewartet habt Und hier ist der Beweis Ich steige ins Auto ein Fahre los Ohne Probleme Richtung dieser Ja gut Hab ich gesagt, dass es Es ist unzerstörbar für die Presse Ja Ja gut Wir fahren nämlich hier durch Zack Wow Ihr seht schon Ihr seht schon Ihr seht schon Ihr seht schon Wird es zerstört Aber das ist ein Erfolg des Grauens, Freunde Das was ich heute hier geschafft habe Haben sehr viele Menschen noch nicht geschafft Okay Und ich bin echt glücklich darüber Euch dieses Objekt hier zeigen zu können Denn ich hab's geschafft, Freunde Sollen wir nochmal, wenn ihr wollt Bei 1000 Likes versuchen Das unglaubliche Segelflugzeug zu basteln Oder ein Objekt, was am weitesten mit dem Katapult katapultiert werden kann Damit wir wirklich dort auch das Klasseste gebaut haben Hier hab ich jetzt geschafft ein Fahrzeug zu bauen Was unzerstörbar ist Zwar nicht immer Ich weiß, ich weiß Aber es klappt Ihr habt es selber alle live gesehen Und jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr Vorführeffekt Aber ihr habt es gesehen Wir haben es geschafft Wir haben es überlebt Ohne Probleme Deswegen ein dickes Däumchen da lasst Abonniert den Kanal Und bei 1000 Likes Werden wir das weiteste fliegende Harpunending bauen Ähm Was es jemals gab Für unsere Schleuder Deswegen bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal